Holzbringung ist kein Kinderspiel. Deshalb arbeiten viele Forstbesitzer lieber mit Lieber, dem Holzspezialisten in der Obersteiermark zusammen. Seit 30 Jahren am Innovationsprozess in der Forstwirtschaft aktiv beteiligt, hat sich das Familienunternehmen mit 14 Mitarbeitern auf mobile Seilbahntechnik spezialisiert. Vier erfahrene Teams sind für Sie und Ihren Forst im Einsatz, zielstrebig, engagiert und rücksichtsvoll. Von der Wahl der richtigen Trassenführung und den Fällen bis hin zur Bringung selbst, die Mitarbeiter des Forst- und Technikspezialisten werden auch mit den größten Herausforderungen fertig. Dank hochmoderner, verlässlicher Geräte wie dem Synchrofalken und dem Wanderfalken ist eine erfolgreiche Schlägerung garantiert, auch im unwegsamsten Gelände und bei widrigsten Umständen. Immer mehr zufriedene Stammkunden sagen, Holzbringung in schwierigem Gelände, lieber mit Lieber.